Yo, servus Leute! Heute mal ein kleines Infovideo und zwar, erstmal Entschuldigung, dass ich letzte Zeit keine Videos kam, da ich auch sehr beschäftigt war. Und ja, erstmal ein Danke an meine 131 Abos. Und ja, ich habe jetzt nur so aus Spaß hier oben meinen Namen eingegeben. Und ich bin auch hier unter Vorschläge. Das finde ich erstmal ganz toll. Und ja, ich habe jetzt beschlossen bei 140 Abos ins Steam Account reinzustellen. Die werde ich euch auch gleich mal zeigen. Moment. Na. Hier ein Counter-Strike Source, D of Defeat Source, Half-Life Deathmatch, Lost Coast, Left 4 Dead 2 Demo und Portal First Slice. Gebannt ist er auch nicht. Moment. Hier, nicht ausgeschlossen. Ja, und bei 145 Abos werde ich euch eine 8-stellige ICQ-OIN verschenken. Noch keine E-Mail-Adresse, noch gar nichts drin. Wie ihr seht, ich bin auch schon in der Liste drin. Und ja, hier Option. Na, wo steht es? Mit der E-Mail-Adresse. Ja, auf jeden Fall ist noch keine E-Mail-Adresse festgelegt. Nur schon ein Passwort geändert. Und ja, dann wollte ich gleich noch ein bisschen Werbung machen mit für Elite-I-Fi. Und zwar, er verschenkt bei 40 Abonnenten jeden Tag, also von 1. Dezember bis zum 24. Dezember, ein Steam-Account. Und ja, also würde ich sagen, abonniert ihn. Das war's eigentlich soweit erst mal. Wenn ihr irgendwelche Tutorial-Anfragen habt, schreibt mich an. Und ja, das war's eigentlich erst mal von mir. Goodbye und have fun. Und ja, das war's eigentlich erst mal von mir.